Hier sind wir nun also. Genießen einen ruhigen Dienstag mit all diesen kleinen Gadgets, die ein Haus zu einem Zuhause machen. Als plötzlich... Der Strom ausfällt. Zum Glück hast du vorgesorgt. Mit der RiverEU, der einzigen Powerstation ihrer Größe mit genügend Energie, um beinahe jedes Gerät mit Strom zu versorgen. Jedes Gerät, das 600 Watt oder weniger benötigt, ist kein Problem. Die RiverEU übertrifft zudem aber alle anderen mobilen Stromquellen. Damit du auch während eines Stromausfalls Rühreier oder Kaffee kochen kannst und diese wunderschönen Haare nicht darauf warten müssen, geföhnt zu werden. Und wie lange hält die Batterie? Das kommt ganz auf deine Nutzung an. Das Grundmodell bietet bis zu 288 Wattstunden zur Stromversorgung. Das ist, als würdest du deinen Laptop 15 Stunden hiermit betreiben. Aber ich spüre schon, dass du mehr willst. Also kannst du aufrüsten. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zur River Max. Das heißt, ein weiteres Batteriemodul wird hinzugefügt, welches die Kapazität der RiverEU auf 576 Wattstunden verdoppelt. Nimm dir mal eine Sekunde und denk an deinen nächsten Roadtrip. Jede Person, die auch nur ein wenig Wanderlust verspürt weiß, Strom ist im Freien ein absoluter Luxus. Und deshalb gibt es mit der River Pro absolut keine Limits. Sie beinhaltet ein externes Modul, um noch mehr Batterieeinheiten zu koppeln. Die Batterie lädt von 0% auf 80% in nur einer Stunde. Das ist alles schön und gut, wenn eine Steckdose in der Nähe ist. Aber Mutter Natur bietet leider nicht eine solche Form des Luxus. Wenn du also unterwegs bist, bleib ökologisch. Dank des 160 Watt Solar Panel lädt die RiverEU-Batterie sich schon in ca. 3 Stunden bei direktem Sonnenlicht vollständig auf. RiverEU ist mit verschiedenen Anschlüssen ausgestattet, die deine Geräte problemlos mit Strom versorgen. In einer kabellosen Welt sind Fernsteuerungen nicht wegzudenken. Du kannst die RiverEU ganz einfach mit der EcoFlow Mobile App verbinden. Sie kann unter anderem den Stromverbrauch anzeigen, Ladebenachrichtigungen schicken oder die Stimmung in Date Night ändern, wenn die Kids mal nicht zu Hause sind. Um es zusammenzufassen, die River-Serie ist eine allumfassende Lösung zur In- und Outdoor-Stromversorgung. Mit anpassbarer Batterieleistung, sehr schneller Aufladung und vielen schlauen Funktionen sind wir uns sicher, die Welt durch Bereitstellung von sauberer Energie für alle zu verbessern.